Ich verstehe die Welt nicht. Wir haben die Solarmodulen erfunden, aber wir waren zu faul, sie zu produzieren. Wir haben sie in China produzieren lassen und jetzt macht einer nach dem anderen pleite, weil der Chinesen natürlich nicht so dumm ist, wie wir ihn uns einschätzen. Der produziert die für uns und sagt, wenn ich einen Weichen produziert habe, dann kann ich selber und dann brauche ich euch Europäer nicht mehr.